Ja, hallo, grüß euch, guten Morgen. Ich bin's wieder einmal, diesmal aus dem Wiener Wald, aus dem oberen Kuback in Baden, bei Baden, bei Wien, auf dem Weg Richtung Helenental. Ja, viel ist passiert. Der alte Schrittmacher wurde entfernt. Ein neuer wurde implantiert, vor drei Wochen etwa. Mittlerweile alles gut. Ich gehe meine Morgenrunden hier im Wald bei, ich sage einmal, noch angenehmen Temperaturen. Also viele sagen schon, es ist heiß. Für mich ist es angenehm, in etwa die Temperaturen, als ich im April in Griechenland weggefahren bin. Ja, insofern alles gut. Ich werde den Sommer hier verbringen, Freunde treffen, neue Freundschaften knüpfen, mal sehen und dann im Herbst wieder Richtung Griechenland aufbrechen. Das ist der Plan. In diesem Sinne einen schönen Sommer. Ja, meine kleine Bo ist natürlich bei mir. Begleitet mich da durch den Wald. In diesem Sinne einen schönen Sommer euch allen und bis zum nächsten Mal. Servus, wie man hier sagt.